Die Lebenshilfe Völklingen ist Ihr Partner, wenn es um Förder- und Betreuungsangebote im ambulanten und teilstationären Bereich geht. Als unabhängige Organisation kümmern wir uns um Menschen allen Alters mit unterschiedlichsten Behinderungen. Freundlich und engagiert helfen wir gerne, wo Hilfe gebraucht wird, und beraten und unterstützen Sie in Ihrer individuellen Situation. Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an und informieren Sie sich zu unserem Angebot. Vielen Dank.